Tja, ich muss mal gucken. Hier bin ich an der Rüstwerkbank, da kann ich ja gucken, ob ich die irgendwie verbessern kann. Verstärkt, ohne Extras. Nee, kann ich nur verwerten. So, gehärtet, verstärkt, gehärtet, gepolstert, bleibverkleidet. Die könnte ich lackieren, wenn ich denn könnte. Da fehlt mir Kleber. Ich habe echt keinen Kleber. Nicht ein bisschen. Ich kann nicht mal was reparieren, ey. Shit. Und hier? Oh Mann, nicht mal das Ding kann ich reparieren. Äh, Kleber konnte ich irgendwie auch selber herstellen, ne? Oh shit. Gut. Ja. Da haben wir wohl ein Problem. Also Kleber herstellen, keine Ahnung. Vermutlich in einer Bastelbank oder so. So, wo muss ich denn jetzt hin? Nein. Oh, doch. Ja, ich muss noch da oben. Alles klar. Wo ist denn da? Wo ist das denn da? Okay. Wo ist das denn da? Los geht's. Ja, sind immer noch viel zu voll. Hier, 20 Kilo allein schon dieses Gatling-Gewehr. Und dann noch so ein paar andere Sachen. Und dann leide ich auch noch hier in irgendwelchen Klamotten. Södele. Wir gehen. Wo geht's hier raus? Ich muss raus. So, wir müssen jetzt in diese Richtung. Sunny Top. Aha. Nun gut. Der kommt ein bisschen später rum. Jetzt ist vorbei. So, das können wir alles nachladen hier. Was haben wir sonst noch so? Der ist auch scheiße. Die Knarre, die ist so billig hier. Die war in Fallout 4, war die viel mächtiger. Ich weiß nicht. Was haben wir denn hier? Ah, ein Level 40er. Muss jetzt nicht sein, ne? Ich geh mal weiter. Die sind immer so anstrengend. Splittermine. Äh. Splittermine. Plasma-Granate. Ja. Guck mal. Hier haben wir noch so diesen Billard-Kühl. Warte ich nicht alles hab. Mehr von den Typen. Was machen die da? Ich geh hier oben lang. Ja. Oh, was? Was soll denn sein? Ich brauch hier, die Knarre ist immer am besten. Die Waffe, die Knarre. Ja, immer schön drauf da, bis es kaputt ist. Da versteckt er sich. Hier im Gebüsch steht wechseln. Doch. Ja. Doch. Sicher. So. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das kann ja spaßig werden. Ich weiß nicht, ob ich da hin will. Nicht mit der Ausrüstung, die voll kaputt ist. Ich würde gern mein Häuschen hier bauen. Wenn das möglich wäre. Hä? Jetzt hoffe ich nur gerade, dass es geht. Hier ist ein Überplatz, um das zu bauen. Tja. Doof. Oh, warte. Warte, 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 warte. Warte mal. Ach, muss doch gehen. Guck mal, ey, da ist so viel Platz. Warte mal. Ich packe das mal eben an die Seite. So. 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 Komm, das passt doch. Hä? Nicht. Ich finde, das passt. Na gut. Transfer. Wir haben hier schon wieder 600. Oh shit. Äh. Tadadadadadada. Guck mal, das Ding können wir jetzt mal nehmen. Nee, scheiße. Welche war das jetzt? Da kann ich jetzt das Ding dran bauen. So. Sieht ja an sich schon mal schick aus. Können wir dann gleich da reinpacken. Achso, na, das kommt gleich von alleine. So, R. Munition. So, Q. Mini-Atombombe. Einmal weg, bitte. Dankeschön. Jetzt haben wir genau noch 10. So, jetzt haben wir hier Waffen. Da habe ich jetzt... Ob ich nochmal die Gatling kann. Hier, Gatling-Geschütz. Stufe 20. Genau. So, das kann schon mal weg. Freutige Rettung. Ja, aber gleich. Ich glaube, es bleibt. Die andere hauert ab. Mach bloß, dass du Land gewinnst. Okay, äh... Herstellen. Dann schauen wir mal eben. Gelagert. Können wir mal gucken. So. Z. Z. Da ist er wieder. Drexi. Z. Was ist das denn jetzt? Jetzt ist es auf einmal Y. Ach, komm ey. Hör doch auf. So. Nun bauen wir einmal so ein Ding hier hin. What? Was, was, was? Was heißt denn hier? Werkstatt-Budget ist überschritten, ey. Was soll das? Budget gelagert. 103%. Boah, ey. Gib mir das auf die Eier. Du kannst dir nichts machen. Gelagert. Verwerten. Kann ich nicht alle verarbeiten? Kann ich nicht alle verwerten mit Eimer? Okay. Okay. Verwerte einfach alle. Das kann ja ewig dauern. 100 Stück. Ist klar. So, und jetzt? Jetzt habe ich hier dieses riesen Ding, was ich nirgendwo hinpacken kann. Eine Wasserpumpe. Ey, das gibt's ja nicht. Oh, Mann. Oh, Mann. Bitte. Was? Ähm, hier, hier, fünf Kilo. Fünf Kilo. Fünf Kilo. Hä? Was? Oh. So. Ich habe die mal alle genommen. Ähm. Was ist denn, was ist denn jetzt los? Was? Ich hatte doch gerade noch zehn Kilo frei. Was ist jetzt passiert? Hä? Diverses. Schrott. Holz 260. Rohaspest, haben wir auch zu viel. Braucht, glaube ich, auch kein Schwein. Diese Mengen. Munition, ja, auch keine Ahnung. Okay. Kleidung. Rüber damit. Dann auch wieder rüber. So, leider kann ich nichts machen hier. Ich krieg's kotzen. Ich könnte kotzen. Schott. Stahlschott. Hier, R. Dann. Rohaspest. Auch ablegen. Was hat man noch? Holzreste. Jo. Alles klar. Wie viel haben wir jetzt noch? 259. So. Okay. Kryo. Ach, hier die Gatlingern. Ja, die könnte ich jetzt ausprobieren oder wegschmeißen. Eins von beiden. Oder beides. Ich nutze sie. Und haue sie dann weg. So. Jetzt gehen wir mal in den Palast. Boah, der sieht krass aus. Krasser Shit. Ich weiß gar nicht, ob ich da rein will. Warte mal. Ich glaub, da geh ich das nächste Mal rein. Ich muss erst mal hier so ein krasses Foto machen. So. Tiefen und Schärfe aus. Äh. Posen, Standard, Ausdruck. Ne, ich lass das. Helligkeit. Alles klar. Sättigung. Ne. Ähm. Ähm. Ich weiß gar nicht. Nee, ich lass das erst mal ganz normal. So. So. Das sieht schon krass aus. So sieht das auch schön aus. Aufenthaltsort. Müsste ja dabei sein. Der Palast, oder? Motor. Nee. Ist nicht dabei. Hm. Nun gut. Ich guck mich hier nochmal kurz um. Was ist das denn hier für ein krasses Teil? Allein das sieht schon cool aus. Ah. Freigeschaltet. Fotorahmen für den Palast. Jetzt habe ich den freigeschaltet. Okay. Der Palast der verschlungenen Pfade. Da muss ich nochmal gucken. Da muss ich nochmal gucken. Tiefenunschärfe raus. Sichtfeld. Zurück. Die Sichtfeld wieder ran. Posieren. Ähnlichkeit. So. Filter. Fotorahmen. Aufenthaltsort. Aufenthaltsort. Aha. Palace of the Winding Path. Ah ja. So. Dann gucken wir jetzt nochmal hier. Filter. Cool. Warte mal. Was passt denn da? Vortec Blau. Das sieht auch sehr schön aus. Zuckerbombe. Sepia. Ui. Das sieht aber aus. Das sieht sehr lustig aus. Boah krass. Das Bild. Verbessern. Kühn. Schwer ist nicht. Vortec Blau. Das hat auch was. Und das hat auch was. Und das hat auch was. Der Palast sieht sehr geil aus. Ich guck mir das mal hier noch ein bisschen kurz an. Wie das mit dem Wasser hier gemacht ist. Was? Voll schön. Geleitete Meditation. Geleitete Meditation. So. Jetzt kommt. Was? Das ist doch. Das ist doch nicht schnell. Was willst du mir eigentlich erzählen? Seien Sie herzlich gegrüßt. Alter. Bitte begeben Sie sich zum Heiligtum der Gelassenheit. Um sich in der heutigen, geleiteten Meditation auf eine spirituelle Reise zur Transzendenz führen zu lassen. Alles klar. Wir werden in Kürze beginnen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um Ihre Umgebung wahrzunehmen. Und denken Sie daran. Ihre großzügigen Spenden bei der Anmeldung machen diese spirituelle Reise überhaupt erst möglich. Sind Sie bereit? Aber so ist man nicht. Schließen Sie die Augen. Nehmen Sie einen tiefen Atemzug. Einatmen. Zwei. Drei. Halten. Zwei. Drei. Ausatmen. Zwei. Zwei. Drei. Vier. Gussig. Und noch einmal. Ach, da soll ich irgendwas verteilen? Geht grad nicht. Bringen Sie sie zu den Säulen. So. Und noch einmal. Und noch einmal. Während Sie unsere Säulen der Anmeldung gehen, sind Sie vielleicht von disharmonischen Kräften vergeben? Ja, ich bin von disharmonischen Kräften vergeben, verdammt. Merkst du doch. Zwei. Treiben Sie sie mit positiven Affirmationen. Und lassen Sie nicht zu, dass Sie Ihre Säulen einreißen. Nein, ich bin hier ganz... Sie können diese und andere negative Einstellungen überwinden. Manchmal ist es zu schwierig, die disharmonischen Kräfte fernzuhalten und Ihre Säulen der Transzendenz nicht verhandeln. Seien Sie beruhigend. Aber das holistische Licht dann am hellsten scheint, wenn Sie es am dringendsten brauchen. Tauchen Sie ein bis Sie spüren, wie Ihre Säulen rollen. Nachdem Sie jetzt alles visualisiert haben, beginnt es sich einmal rein. Ich visualisiere. Ah! Trans... Zend... Transzend... Transzendend... Enigma. Transzendend... Enigma. Ah ja. Diese Gatlinger ist irgendwie... Hier. Ist nett, aber irgendwie auch beschissen. Also, ich muss den vierten Meditationshub noch verteidigen. Sekunde mal. Oh, alle. Oh. Skischwert, Kampfflinde. Ähm... Ich, äh, versuch mal rauszugehen. Wie ist denn hier raus? Da. Muss auch raus. Kommen wir gleich wieder. Ja. Was ist denn, jetzt bin ich vorne? Scheiße, wie ist denn der andere? So funktioniert das nicht. Jetzt bin ich da runtergesprungen. So, ey, Mist. Oh, das müssen die Fehler repariert werden. In deinem Ernst. Was sind einfach zu viele jetzt? Da hab ich den Bock drauf. Ich will die Mission gerne abbrechen. 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 Oh, Leute. Ich will nur mehr. Ich muss den Haupt, das Hauptding hier wieder ganz machen, warte mal. So. Äh. Da unten. Sekunde. Tür öffnen. Ja, ich schau mal eben. Äh. Äh. Neueste Holoband auf. Äh. Duplikat vom Band erstellen. Äh. Was? Dupliziere den Schlüssel der Knallharten. Abgeschlossen. Hey. Äh. Ich hab sie da draußen aus den Augen verloren. Ich war mit, äh, anderen Dingen beschäftigt. Und damit meine ich kämpfe. Tja, mir tut die alte Margie schon fast leid. War richtig auf Zack, wollte sich aber nie die Hände schmutzig machen. Und hatte es nicht drauf, als es hart auf hart kam. Aber haben sie ihre Schlüssel gefunden? Gehen wir einfach mal davon aus. Ich hab nämlich nicht den ganzen Tag Zeit, ihnen beim Rumtrödel zuzuschauen. Ach, wo wir gerade davon reden. Ich weiß nicht genau, was sie in Bolton Greens finden werden. Aber was auch immer den Gourmets zugestoßen ist, war bestimmt so grausig und unmenschlich wie sie. Viel Glück! Verzeihen sie mir, wenn ich diesmal nicht zuschaue. Alles klar. So, Ereignis wurde abgeschlossen. Hab ich's geschafft? Echt? Ich hab da irgendwas für bekommen und ich weiß gar nicht wieso. Naja gut, ich mach jetzt einen Cut. Wir gehen gleich nochmal hier rein. Und also, ne? Nach dem Schnitt, beziehungsweise in der nächsten Folge. Und dann gucken wir uns das hier genauer an. So. Ist auf jeden Fall sehr schön hier drin. Gut, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Und sage bis zum nächsten Mal. Glaub dich wohl. Tschüss!